Ja und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Lie mit mir in den Kamin. Un-net-Mod. Geh nehm ich mit. Un-net-Legacy-Mod, Mensch. Da gab es nicht so abgelenkt. Äh, gut. Wir sind gerade auf dem Weg nach Hause. Ist da nicht mein Ziel? Ach, da ist der Hund. Gut, okay. Nix hier sagt. Bleib auf dem Weg. Äh, wir gehen jetzt nach Hause, stellen die Werkbank auf. Dann können wir mal was wir so machen noch können. Ähm, dann müssen wir unsere Axt reparieren und gegebenenfalls, äh, unterbrechen wir doch nicht. Gegebenenfalls, äh, falls wir, äh, werten. Genau, das wollte ich gerade sagen. Und die Nahrung müssen wir denn herstellen. Aber wir haben jetzt hier auch ein bisschen Fleisch. Eier haben wir auch zu Hause. Pikes müssen wir auch herstellen, Alter. Wir haben ja schon Tag 11. 11. Und dann kommt bald 12. Und dann ist die Kacke Wille am Dampfen. Ey, hier sind Wille reifen. Nehmen die wieder mit. Moin. Den nächsten Punkt werde ich, äh, in Inventar investieren, ne? Also, bei mir ist es die beste, was ich machen kann. Also, bei mir sehr, sehr wichtig. Alles, was die Wicht an jeden tut. Und Loot, alle nach oben kloppen. Also, bis max. Das ist... So kann ich ein bisschen vorbeugen. Den, was uns erwartet. Ey, hier waren noch Batterien drin. Was soll denn das? Ist doch gut. Boah, Alter, wir hatten es fast geschafft. Ich hoffe nicht, dass du jetzt so hochgesprungen bist. Ich habe nämlich gerade nichts gesehen. Jetzt wie in Minuten noch. Wie müsste ich denn... Dass ich das ein bisschen breiter machen oder so. Dass die im Teil nicht so kompliziert hochkommen. So, dann müsste ich aber das, wie gesagt, hier zudecken. Dann müsste ich das hier alles neu setzen. Schön, dass ich das noch aufgewertet habe. Ich hatte Langeweile gehabt in der Nacht. Naja, gut. Okay, also. Äh. Wo haben wir sie? Die haben sie noch letztes Mal hergestellt. Ganz sicher. Weiß er doch. Lass mich raten. Ja, das hätte ich mir doch gedacht. Gut, ich kann sie ja will aufsammeln. Ist ja nicht das Problem. So. Äh. Erstmal. Reparieren. Ist das so wichtig? Eigentlich ja. So, besser kann ich nicht. Ich habe doch das Rezept für das Messer gefunden. Warum kann ich nicht reparieren? Wenn ich es herstellen kann, muss ich doch reparieren können. Oder warten an das Messer. Äh. Ist nicht mehr. So. Ähm. Offen leveln. Yes. No. 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 Achso. Ich werde die denn auch wieder rausnehmen. Für die nächste Stufe brauche ich nämlich die Forschung. Nee. Das lassen wir noch. Achso. Ich habe hier zu Questen. Hä? Hä? Achso. Ich habe ein Level gekriegt, weil ich das abgeschlossen habe. Ach Mann. Sehr hart. Achso. Jetzt kann ich hier keinen Punkt machen, weil ich muss ja hier dann erstmal. Da muss ich auch stärker hochkommen. Wacht hoch. Genau. Und dann könnte ich jetzt ja quasi hier die nächste Stufe machen, aber ich habe keinen Punkt. Jetzt mache ich erstmal einen Punkt. So. Äh. Verschronikstation. Werkbankstation. Das ist das, was ich machen sollte, ne? Ne. Die Werkbank brauche ich. So rum. Die Werkbank. Da fehlt mir aber das Eisen. Und das Holz wäre nicht das Problem. Aber den Rest habe ich gar nicht. Warum heute nicht? Hä? Moment mal. Tatsache. So ein Sheet. Ich habe gedacht, ich habe da nicht. Verdammt. Gut, die kriege ich aber auch wieder zusammen. Also, das sollte ich erstmal hier machen, dass ich auch Eisen herstellen kann. Ich glaube, das hat Priorität, oder? Ich glaube ja. Die Motive. Da kriegen wir ein paar Steine. Und dann bauen wir uns eine Forge. Jetzt sind wir voll Forge unterwegs. Nun gut. Wenn das hier Holz liegen tut. Und ich habe noch nie viel sammelt. Ich tätet nie so richtig. Alter. Boah, ich hätte mal andocken sollen, wa? Ich habe noch mal... Wie viele Steine brauchte ich? Kannst du doch andocken. Äh, Pin. Ach so. Jetzt nicht angezeigt, weil wir uns jetzt entfernt haben. Hey, ich bin geheilt. Krass. Krasse Kacke. So, ähm... Wollte ich nicht letztes Mal noch eine Knifte kaufen? Da rauscht es so in mein Ohr. Ich hätte sowas vorgehabt haben. Boah, ja, gut, wa? Aber jetzt brauche ich Steine. Da, da sind Steine. Sind ja schon wieder da. Ah, Nase. Ah. Böse, böse. Ey, hier ist ja... Ich gehe wieder mit verschlossenen Augen durch die Gegend. So, wie ihr sagtet. Da bräuchte ich eigentlich, wie ihr sagt, ne Schübe. Wäre denn einfacher. Ne, warum guckt denn da noch hin? Brauche ich da ja nicht. Habe ich die... Ne, hier... Keine Ahnung. So, wie dachte ich hab's. Hab ich wohl nicht... Die müsste ich einsammeln können. Das sind doch Biennester. Die müsste ich einsammeln können. Dann wären sie wenigstens... nützlich. Wenn ich das hier abbauen... Ja, krank. Dann bekomme ich einen Stein. Wow. Quasi, wenn ich die ganze Mauer abbaue... Hau ich Material zusammen. Sehr, sehr neu. Hallo. Nee. Nee, da will ich doch noch ja nicht hin. Achso. Stimmt ja, ist ja Nacht. Da war ja was. Zombies. Off-speed. Oh, der kommt gleich. Ja, komm hier. War es jetzt schon in... Fahnen verloren? Was bist denn du für ein Dully? Gut, jetzt hab ich sein Fahnen verloren. Wie zumal ist mit dem Fahnen, wach? Einfach zu verlieren. So, ich will ja bloß ein bisschen Stellen haben. Halt doch mal die Klappe rein. Hier sind so viele Steine. Das hätte ich ja nicht auf. Und außerdem muss das eh aufgeräumt werden. So, dann hab ich aber noch kein Restzeug bei mir drinne. Das war schwindig. Ob sei, ich kann das erstmal bauen, wa? Ich hätte gerne das schon gebaut. Ich geh mal hier lang. Ich hab da was draschen gehört. Und so ein bisschen was gesehen. Muss ja jetzt nie sind. So, gut. Also, das heißt, reisen könnten wir uns denn quasi safe herstellen. Erforschen. Er forscht und forscht und forscht. Und der wurde forscht. Dauert ja lange. Gut. Oh, Moment mal. Kann ich dich jetzt endlich hier so... Immer noch zu doof. Na ja, gut. Dann hätte du so subtiler sagen können. Moment mal. Ach so, nee. Jetzt hab ich die da drin geschmissen. Ja? Ja, das... Tatsache. Ja, klar. Welter, in mita. Ich... Bin ich jetzt schon fertig? So, geben Sie uns mal bitte die Eier und die Eierstücke Fleisch. Dann kann ich nämlich jetzt schnell was zum Essen machen. Klingt doch noch ein Plan. Wo ist jetzt der Toizel? Nicht in meine Tasche. Hä, hier. Hä? Hab doch... Nehmen Sie mal bitte... Gehen so ein Ding her. Müsst dir eigentlich reichen, oder? Ganze neuen Schlüffer. Holy moly. Sehr, sehr, sehr nice. Plattform. Ist das wieder so... Klassisch-mäßig? Das wär ja klasse. Okay, es ist fertig. Yes! Ein Schmiede! In Kumin. Aber erst mal mach ich hier Licht. Ja, ein schön finster hier. Boah, schon besser. Ist das angenommen? So, äh... Ne, das Dach muss weg. Das Dach muss weg. Das Dach muss weg. Das dachte ich mir. Ähm... Ach, ich hab ja die Werkbank noch gar nicht. Jetzt kann ich das Ding gar nicht bauen, wa? Ja. Ja. Äh... Ja, ne? Ich habe so das Gefühl. Es lässt mich nicht los. Da leg ich die Werkbank zusammen schabbern. Na gut, die Bücher krieg ich zusammen. Mach mal. Ruck, zuck. Mach mal, Dieter. Und wenn ich die denn zusammen hab, Riesen und so, den... Den, 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 den haben sie verloren. Sag ich jetzt mal so. Der kommt ja auch da rein. Da hoch. Da... Ach so, hab ich ja noch, ja, ne. Ach so, hier hab ich den Tuner reingeschmissen, ne? Falls das irgendwann mal... Eisendreck... Äh... Gesucht werden sollte. Ich habe es da reingeschmissen. So. Dahin, denn dahin. Steine schmeiß ich jetzt erstmal. Und Klee mach ich auch da rein. Moment mal. Wenn ich das jetzt auseinandernehme, dann hab ich doch wieder kleine Steine. Nigger. Wo sind sie? Wo hab ich sie? Da sind sie. Das würde nämlich bedeuten, ich kann nämlich auch schon wieder... Bilde machen. Ah, siehst du, Kerzen kann ich... Aber ich sollte erstmal hier das machen, ne? Ganze zwei Stück. Sehr, sehr viel. Sehr, sehr... Ach so. Das geht jetzt auch schon. Gut, dann stellen wir noch ein paar... Seile her. Und dann können wir den... Äh... Links machen. Äh... Eiks. Wenn ich das zahle eh... Was krieg ich denn? Ist ja schon... Ja, also... Shit. Ja gut, brauche ich ja so oder so nicht. Ich muss Sachen abschrauben. Aber jetzt ist es sehr, sehr gefährlich. Das sollte ich jetzt nicht tun. Und noch eine Fackel. Eigentlich Licht genug, wa? Das ist eigentlich Licht genug. So, ähm... Kann ich die wenigstens schon... Na, die nächste... Ach nee, die da... Ich brauche ja fünf so ne... Räuchungspapp. Riesendrick. Er klappert doch eh nach unten rum. Klappert da unten niemand herum. Ist ja dumm. Das sind's wie, wa? Hier sind die alle. Ach, die ist weit kommen runter. Geronimo. Der hat Funzel-Augen. Es ist Funzel. Da mir wacht gleich. Aber ich hab Funzel-Platt gemacht. Ich kann ja nischt. Die meiner Umgebung ist nämlich gar... Einen Levelpunkt ergeben. Und dann... Wenn sie... Geste... Oh, nie. Mir besser. Stamm. Ne, Moment mal. Dann mach ich mir jetzt so schnell ein Messer... Und dann holen wir uns. Das Zeug. Genau. Machen wir's so. Oder beziehungsweise... Kann ich das denn nicht... Kipp mal gleich wegen Skillung. Knochen technischerweise. Lassen Sie mich durch. Ich... Seite her. Bitte gerne. Ach so. Soll ich die Korpel da rausnehmen. Sonst passiert genau dasselbe wie letztes Mal. So. Äh. So weit die Gängchen. So. Hallo. So. So. Ne. So. So. Äh. Ach, da brauch ich ja auch den Staff. Den Staff. Das ist ja mal. Gut. Dann nehmen wir jetzt so runter. Ich versuche mich mal irgendwo da rumzuschleichen. Wenn's nur ein Zombie ist, ist das okay. Aha. So. Kabin ist schon tot. Uiuiui. Das ist denn doch nicht so gut. Bitte, bitte. Seht euch mal vor, ich wäre ein bisschen zu früh, äh, zu spät raus aus Hause gekommen. Da würde ich jetzt ganz schön doof dastehen. Und wenn die da sind, klaut mir... Ach, das ist kein Baum. Das ist kein Baum. Ich muss halt auch voll riskieren, aber ich würde es jetzt haben. Ach, bloß in die falsche Richtung drehen. Bunze an, zack, bumm, sind es hoch da. Vielleicht, wenn ihr so wenig seht, aber wie gesagt, geht ihr ja bei mir genauso sein. So, na denn, wa? Das ist nicht so viel wie bei normalen Messern, aber... Sonst würden wir es bereichen für unsere Bedürfnisse. Hoffe ich doch. Und sobald Timber, äh, wegkommt. Ah, okay. Interessiert den nicht. Interessant. Dann klaut mir nur den Baum und dann, äh, hoffe ich, dass das reicht. So, na, das ist ein Standard-Knochenmesser, also. Ich würde es auch gerne so über Nacht machen, die Quest, aber ich hab so... Die Befürchtung, ich werd mir da auf den Arsch setzen. Und ich mag zurzeit meinen Arsch. Und der liegt nämlich noch. Ja, ja. Der ist nämlich quicklebendig. Und so seid ihr auch bleiben. Okay, tsch, tsch. Sagen sie mal. Ach ne, da brauch ich auch die Werkbank, ich wollt grad sagen. Äh, herstellenderweise. Da blinkt ihr doch den Arsch an. Ein Beißen. Äh, äh. Ich mach mal den Weg des nassen Fußes. Kommt die jetzt? Yes, yes, yes. Oh, nicht. Gratis. Für mich. Das ist jetzt hier eh. Auch eh, oder? E-Stück. Da, da, da. Da hab ich letztes Mal liegen lassen. Lobig. Muss ja. Sonst muss ich ja nicht da liegen. Ich hoffe, du machst keinen Lärm. Ding, 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 ding. Ein Bier, Munition und ein Tee. Ich frage mich jetzt, was da drin ist. Ich frage mich, ob das so gut ist, dass ich mir das frage. Nein, 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 nein. Das ist nicht. Äh, da ist ein Bär. Das hab ich schon. Ja. Äh. Halten Sie sich da raus. Ich will doch nur an... Was ist denn da los? Hallo, Sie. Aua. Ich habe Big Party. Hey. Warum muss ich denn das machen? Gut. Der Bär hätte uns platt gemacht, ne? Ich hab ein Level. Aber ich kann die doch jetzt alleine so einzeln so wegnatzen, ne? Könnte was werden. Also, wenn ich treffe. Gut, das war jetzt nicht so gut. Der punzelt nämlich. Ich weiß nicht, wo wir sind. Oh, jetzt wies hat. Doch, mit Helm, das ist er. Heiße. Immer noch da. Nee, jetzt ist er. Er hat den Fahn verloren. Zum Glück. Das war ja auch ne Funzel. Nicht die hellste, aber ne Funzel. Nee, doch nicht. Ah. Ich hab gedacht, der war tot. War er ja gar nicht. Er hat sich bloß ruhig gestellt, dieser. Je ne dicke Wicht. Gut, da hüpft einer rum. Soll ich mich erstmal um meine Wunden kümmern? Das wäre... Nicht so verkehrt. Ich bin nicht identifiziert. Krass, wa? Eigentlich müsste ich das nutzen, wa? Punktetechnische Weise. Das ist wahrscheinlich der verkehrteste. Also, wenn sie mich nicht sehen. So, schnell da lang. Der würde nämlich jetzt da hin, näher ran kommen. Genau. Oh, hab ich's mir gedacht. Strunz dumm. Na ja, sorry. Wir haben mein Grundstück betreten. Nicht ich ert. Ja, eigentlich schon. So doof, dass die jetzt genau da sind, wo ich wohne. Aber ich seh nicht. Ich seh doch nicht. Da seh ich grad. Da seh ich grad sich bewegen. Es tut mir leid, wenn es so dunkel ist. Für mich ist es aber auch grad dunkel. Hä? Down. Hm. Hm. Wenn das hier jetzt meine Hütte irgendwie auseinander nehmen. Unten rum. Hm. Mit dem los, ne? Macht aber ihn. Schon ein wenig Sorgen. Die anderen sind da. Er ist weg. Die ist noch nicht weg, weil sie ist sehr, sehr klein. Aber genau, jetzt kommt auch das Licht wieder. Nun gut. Ich glaub jetzt, dass wir da prügelteben angesagt. Jetzt mach ich grad aber trotzdem erstmal ein bisschen Lebensenergie. Schnecken. Schneck nämlich gut. Hallo, sie? Nachts ist schon so ne Sache für sich alleine. Meine erste Nacht, äh, so ich jetzt wirbelt war. War schon interessant. Aber nicht für das, was ich machen wollte. Was weiß. Was mit der Ausdauer? Ja, das wird mir noch sehr, sehr lange begleiten. Schatt-Treffer-Feedback. Lasset uns darüber reden. Gut. Gut, dass wir drüber geredet haben. Ja, da löst du mal nachts raus. Willst du mal gucken, was Phase ist, Alter? Und dann... Ach, stehe hier, Zombies. Zombies. Muss ich jetzt erstmal alle wieder rauskriegen hier. Okay, danke, danke. Hallo, sie? Was tun sie da? Na, erstmal daneben schießen. 1? Randet jetzt alle? Hallo? War wer? Vielleicht muss ich mal langsam hier... ein bisschen absichert, war ich, glaube ich. Gut, okay. Dann können wir uns hier mal... Richtung Quest begeben. Die Nacht haben wir jetzt hier ja irgendwie rumgekriegt. Das war ja... Toll war dat. Toll war dat. Da sind so viele Gummis. Ihr könnt mich hier so liegen lassen. Das geht nicht. Was ist eigentlich... Ja? Ja, genau. Gib's mir. Gib mir dein Gummi. So. Ah, siehste. Ah, siehste. 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 Ähm. Naja, gut. Dann hat sich das auch schon mal erledigt. Also. Obwohl, vielleicht bin ich... Bis zum Schluss mal... Dass ich vielleicht diese Merke hier. Das macht überhaupt keinen Sinn. Dann lasse ich das lieber. Man kriegt wenigstens ein bisschen Honig und ein bisschen Holz. So. Das ist gut. Ja. Ja, ja. Oh, da ist die Tanke. Oh, nicht. Der schon wieder. Äh. Diesmal sind wir ein bisschen besser gewappnet, Junge. Kann ich jetzt aus der Entfernung bekämpfen, du. Appel Philipp. Ich weiß nicht, was er sollte. Oh, Piks. Zusammengesackt. Eine Flasche. Oh, hier ist ja Eis drin, ne? Ne, ne, guck. Ne. Okay. Überhaupt gehen sind wir, die Gamerik. Ich muss ja erstmal die Quest annehmen. Kann es. Muss ich die nochmal töten. Und das hat mir eh eine Feier gekostet. So hat aber auch. Hallo. Kriegen sie nicht mit. Ich kann sie beklauen, wie viel. Also, Flay. Was haben sie gesagt? Ne. Ne. Warte, mit der Steuerung. Das ist, äh. Ja. Hat aber eben funktioniert. Willst du mich verarschen? Hä? Das macht doch überhaupt ja keinen Sinn. Ist das hier random, äh, random oder wat? Naja, gut. 25er Schloss war. 1 Millimeter. 1 Millimeter. Hallo, wie? Wie? Der hat mir mal richtig innen geschwurbelt. Geschwurbelt. Was ist mir dran hier? Alter, die Reichweite, die ist schon... Nice. Ich nutze die meistens nicht richtig aus. Okay. Moment mal. So, ähm... Da. Da. Ja, die Bade, die hat schon... Reichweite, die ist ja nicht mal so verkehrt. Die sollte ich eigentlich richtig ausnutzen. Wir sind ja da. Ah, das ist schon da. Da haben wir doch den Kochtopf wieder. Wir müssen ja von da kommen. Hoffen, dass es dein Sinn ist. Hört sich bloß naiden Zombien an, oder? So, wo bist du denn? Da bist du. Hey, hey. Nie so schnell, du Rotnase. Oh, danke schön. So. Ja, 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 ja. Ja, dann kommen sie mal. Hä? So schneller als der andere hier. Was war denn bitte? Oh, keine Ausdauer. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Kommen sie mal bitte raus. Versuch sie mal ein bisschen zu trennen. Los, nie. Down. Bin's hier, Sicht. Also, der sollte down sein. Genau. Danke, dass er das aufgemacht hat. Der nimmt sie, wird sich. Oh, da ist ein Trike. Try it oder try it nicht. Ich würde täte hier die Frage sein. Na, hab ich schon. Aber. Nein! Ich wollte es auseinandernehmen. Ruft sich verschenkt. Scheißen Dreck. Verdammt. Ich hasse mich jetzt schon wieder. Dieser Hass. Dieser Selbsthass. Wird der denn jemals enden? Fangen wir mal, ist das nicht effektiver? Das ist doch Holz. Nein, ich weiß es nicht. Na. Na, warte mal. Yes. Er braucht seine Zeit. Er trinkt mal eine Coke. Ein Sportring. Du bist eigentlich jetzt abheben, die Schmitzkatze. Abgebaut. Plastikholz. Eisen. Also, Schrot. Hey. Idiot. Kommt ja. Das sieht ja wie die anderen auch. Okay. 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 Gut, jetzt haben wir schon mal zwei. Zwei mehr? Ja. Zwei. Wenn ich das jetzt abhaue, kriegt er auch Dingsgeladen. Weil das wird nicht die letzte sein, wie ich finde. Es tut mir leid, Uschi. Dabei brauche ich die Teile. Ich sehe, du hast einen Motor. Ich guck mal kurz hier rum. Bis er wieder zum Pötte kommt. Da oben könnte was sein, ne? Heißt, wir haben das Gebiet noch nicht interessiert. Ich hab' noch angezeigt. Also, hier steppt noch der Tod. Achso. Da steppt der Tod. Da. Bin ich an die interessiert. Was für ein Nappel. War immer noch nicht. Auf der Seite vielleicht. Oder noch ein Bautzi. zu reparieren. Ja, nein. Es geht nach unten. Oh, ich noch ne Werkbank. Ein Dietrich. Dietrich. Danke. Ich hoffe, ihr habt hier noch Zeit. Hallo. Da unten. Die kommen jetzt ja schon runter. Weil da oben ist es langweilig. End Market. Zu looten. Können Sie mal bitte rauskommen? Es sind zwei hier. Es sind mehr als zwei hier. Na denn. Kommen Sie mal. Alle nah und nah. So. Alle schön einzeln. So. Jetzt kann sie. Ich würd mal sagen, ich hab gewonnen. Ja. Eindeutig. Gut an, jetzt high, dass ich gewonnen hab. So. Kümmern wir uns mal um den Loot. Ich hoffe, der ist gut. Also für den Loot. Ich hoffe ich das. So. Ja. Und. Noch ein. Und. Geben Sie es uns. Bitte. Äh. Okay. Oh. Gut. Ja, gut. Danke. Danke. Ah, noch ein Pott. Na. Na. War hier hinten noch irgendwas? Wiederziehen? Die Ruide. Ich wurde von Stoff erschlagen. Na, Hammer. Sehr, sehr real. Na, gut. Ich bin sehr sensibel. Hä. Na, Pieper. Moment mal. Dieses Slimshin passt bei uns zu Hause besser. Denn es besorgte gratis Licht. Wie? Keine Ahnung. Das könnte sein. So, dann bauen wir das hier ab. Weil ich lobe, ich brauche für die Werkbank muss der Schlüssel nicht ganz sein. Das wäre der Schlüssel. Lobig braucht ein bisschen mehr zum Trinken, kann das sein? Obwohl das zu 50% voll ist, Johannes. Es dauert, das dauert. Ich hätte gerne die Resenstücke. Nicht die, die anderen. Aber ich glaube, das ist, weil die andere Werkbank ist. Das andere war ja eine Chemiestation. Egal. Gut, wie gesagt. Der Rest ist hier noch nicht. Was, was, was brauche ich denn da zum reparieren? Also, ich brauche... Gut, ich brauche zu viel. Und außerdem da... Nein, so war es dann gar nicht. Gut, dann würde ich mal sagen... Warte mal, ich würde mal sagen, ich kriege die noch mal kurz hier. Sicherheitshalber hier oben nach. Also, ich versuche die. Sieht da irgendwas? Hör ich da irgendwo? Ein leichter Hauch von Loot? Wenn, dann würde ich auch hier an den Rand kommen, was? Es ist unerreichbar für mich. Ne, Moment mal hier. Naja, gut. Oder da. Oder da. Ich brauche mal springen. Jetzt bin ich zu nichts mehr zunutze. Ah, da ist eine Kiste. Ich habe es doch gesagt. Los. Ich muss jetzt mal gucken. Ähm... Das müsste ja so knackbar sein. Morgen steht der Zeitung beim Loot nachschlagen. Okay, das hat funktioniert. Okay. Ab und zu mal auf den Boden gucken. Nö. Och, nö. Ich komme später zurück. Eine Wanderhorde? Das ist doch keine Wanderhorde. Natürlich ist es eine Wanderhorde. Und das würde ich ja nicht sehen. Oh ja. Oh ja. Naja, eher. Es ist eine Kiste. Es ist eine Kiste. Man muss nicht so gierig sein. Und ich glaube, wir haben heute genug gekämpft. Also heute haben wir genug Munition gelassen. Ich glaube, heute brauchen wir keine Munition mehr hier lassen. Außer in meinem Inventar. 300 Meter. Ich brauche wirklich einen Quad oder so in der Richtung. Einen Quad. Quattet oder quattet nicht. War hier nicht ein Polymanzei? Gut. War doch den Teufel nicht an der Wand. Das soll ungesund sein. Moment mal. Den brauchen wir ja denn später. Den Stein. Gut, also, aber wir haben, wie gesagt, dummerweise habe ich heute 50 Forschungsdinger verkackt. Naja, gut, dafür habe ich Erfahrungspunkte bekommen. Das heißt, wir hatten 50 Punkte den Tisch früher. Der liegt jetzt richtig hier macht. Ernst auf 50 Punkte. Wie spielt er denn so? Ah, siehst du? Ich lege jetzt auf 50 Punkte. Ne, du darfst noch leben bleiben. Du darfst noch leben bleiben. Hab ich doch gesagt. Alle Hühnchen, Hühnchen. Hühnchen. Tja, wie gesagt, Hühnchen oben im Wohnzimmer nicht gut. Äh, hatte ich das schon erwähnt? Okay, ist das ja nicht. Ich hatte es mal versucht. Es funktioniert so nicht. Im Haus. Haushaltung. Sollte nicht sein. Gut, okay. Also, dann give me unsere extreme Belohnung. Wird jetzt total extrem sein. Vielleicht merkt ich schon mal, dass es andere im besten sind, als was wir kennen. Also, ist schon mal ein Traum. Ah, Schrotze oder Bergbau. Mining. Mein Ding ist mein Ding. Oh, 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 oh. Äh, de, de, de Fahrrad. Äh, die Schmelze. Oh, scheiße, ich bin am Arsch. Obwohl, wenn ich dat mache, kann ich mir ja irgendwann bauen. Äh, ich nehm de Fahrrad zum Abschließen. Genau. Wir haben Stufe 2 Questen gleich freigeschalten. Yes. Yes, yes, weekend. Öffne. Äh. Toll. Toll. Na, toll. Toller Haus. Ne, Moment mal. Ich hab' der Fahrrad-Trader zu Hause. Dass er weiten Lenker hat, wird ich kein Fahrrad-Trader. Hey, beißt du. Nein. Mach auf, mach auf, mach auf. Mach ich weg. Lass es nicht. Aha. So, ich geh' jetzt nach Hause. Na gut, Leute. Dann haben wir ein Fahrrad-Fass zusammen. Das wäre immer... Also, wir bauen uns jetzt zusammen. Würde ich sagen, dann Richtung Händler. So. Wer immer ruchtet ist, werden's rausfinden. Na gut, Leute. Ich bin raus. Tschö. Tschö. Mal rausfinden. Tschö. Bis zum nächsten Mal.